Nark, are you alone? No one's out here and I was not followed. Love, love, you're already home. Party's over and you don't look so good. Hi Leute und damit herzlichst willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich bin heute wieder ein paar Runden Bad Wars. Ich habe heute wieder mal ein kleines Thema dabei und zwar es ist ja so richtig krass eskaliert in erstmal dem Stream von bei Quadrix. Er hat ja einen Stream gemacht, wo er das erste Mal Fortnite gespielt hat. Schön und gut, ist ja nicht schlimm. Nur in diesem Stream hat er so krasse Reaktionen bekommen. Er wurde beleidigt von hunderten von Zuschauern. Wirklich, ich verstehe es einfach nicht, wie man als Zuschauer denken kann, zu bestimmen, was der YouTuber spielt bzw. was er auf seinem Kanal bringen soll. So, klar, Fortnite ist jetzt zur Zeit im Hype. Jeder YouTuber bringt's. Manche bringen's wegen Spaß, die anderen bringt's einfach nur, weil sie sehen, okay, das gibt mir Klicks. Dadurch werden meine Videos übelst viral auf YouTube genommen und ja, ne, kann man nichts gegen sagen. Ich möchte auch keine Namen nennen oder so, aber es gibt genug und das merkt man auch einfach an der Art, wie sie dieses Game spielen. Ist ja aber auch relativ egal. Trotzdem hab ich als Zuschauer doch nicht die Bestimmung dazu, zu sagen, okay, du darfst das spielen und du darfst das spielen. Klar, bei Quadrics hat sich jetzt vor allem in der letzten Zeit so dahingestellt, ja, ich rette die BB-Szene und wir kriegen den Fortnite-Hype schon weg. Nur erinnert euch mal an die frühere Zeit, wo Battlefield rauskam, wo PUBG rauskam. Okay, das waren nicht solche Größen, wie, wie, äh, wie, wie Fortnite es jetzt ist. Das waren nicht so eine große, keinesfalls. Nur das waren auch Spiele, die sind so krass in den Hype in Deutschland gekommen. Und was hat's bewirkt? Am Ende gar nix, weil die Spiele alle gleich aufgebaut sind. Sie sind auf dem Shooter aufgebaut, wo man versuchen muss, als erster Platz, als letzter zu überleben und so viele Kills wie möglich zu machen. Krass. Jetzt das Ding. Denkt ihr ernsthaft? Jetzt mal nix gegen die Fortnite-Diebhaber, ich spiele es selbst ab und zu. Denkt ihr wirklich, dass Fortnite jetzt Jahre im Hype bleiben wird und Minecraft so nie groß zurückkommen wird? Beziehungsweise die Spieler, die Minecraft gequittet sind, um Fortnite zu spielen, jetzt dann nicht mehr zurückkommen, wenn der Hype um Fortnite vorbei ist? Oh, fuck, war das schlecht. So, es ist meiner Meinung nach eine absolut lächerliche Aussage, wenn man meint, ich darf dich beleidigen, weil du jetzt Fortnite auf deinem Kanal bringst, nur weil man als Zuschauer denkt, okay, der bringt es wegen den Klicks. Das ist doch so, keine Ahnung, muss einfach nicht sein. Klar, bei manchen merkt man, wie ich schon am Anfang gesagt hab, ja, man merkt einfach, dass sie es wegen Klicks bringen, aber das ist doch in dem Moment scheißegal. Und ich denke, bei bei Quadrics Stream, ich war nicht live dabei, aber ich denke, man hat gemerkt, dass er das vor allem in einem Livestream, Leute, in einem Livestream wird er sowas nicht wegen Klicks machen und er wird keinesfalls Minecraft deswegen quitten. Das ist, denke ich, auch klar, wenn man ein eingeborener Bad Wars Spieler ist, schon mega lange Bad Wars spielt und das auch ganz gut kann, wird man nicht vom einen auf den anderen Tag Minecraft quitten, weil man einen Fortnite-Stream macht und Fortnite zum ersten Mal spielt, so. Wisst ihr, wie ich das mein? Das ist doch eine brutal lächerliche Aussage, wenn ihr sowas behauptet. Falls ihr, keine Ahnung, meinen Ingame-Name oder so wissen wollt, ich heiße in Fortnite Relation The Real, weil irgendein Spaß sich Relation schon gecleanet hat. Ich weiß nicht, wieso, ne, Leute? Ich mach so Fortnite, lad mir das runter, will mich so anmelden mit Spieler-Name Relation. Was passiert? Der Spieler-Name ist schon vergeben. Dankeschön. Könnt mir ja gerne mal eure Meinung so zu diesem Thema. Das hat ja, Lungty hat, glaube ich, darüber auch schon ein Video gemacht und bei Quadrics hat dazu auch noch ein Statement gemacht. Könnt mir ja gerne mal eure Meinung dazu in die Kommentare schreiben. Wie eure Meinung so zu Fortnite ist, wird das ein Spiel sein, was so durchgehend jetzt im Hype bleiben wird? Oder ist es eher so ein Spiel, was, äh, gar nicht, also was wieder aus diesem Hype rauskommt in langsamer Form, sag ich mal. Ich persönlich kann's mir nicht vorstellen, dass es jetzt durchgehend für so ein Jahr oder so im Hype bleiben wird. Weil es, wie gesagt, ist es ein Spiel, das basiert immer wieder auf ein und demselben Ding. Und das ist grob vergleichbar mit Bad Wars. Also das ist keinesfalls böse gemeint, was ich hier meine. Nur, Bad Wars war auch ein Game, das war mega gehypt in der Minecraft-Szene. Dann, es hat sich jedoch dahin entwickelt, dass es keine neuen Taktiken mehr gab, die man bringen konnte. Es gab keine Taktiken, keine neuen. Es wurde alles geleakt, alle, die besten Bütchtechniken sind rausgekommen. Und ich denke, das gleiche wird's bei Fortnite auch sein. Wenn die besten, äh, Sachen draußen sind. Fick hat mir jetzt eh nix gebracht, Alter. Ähm, wenn es nur noch Spieler gibt, die arschgut sind und man selber merkt, okay, ich kann dagegen nix mehr machen. Ich kann mir nix besseres mehr ausdenken, um diese Spieler zu, jawohl, um diese Spieler zu besiegen. Wenn, ich denke mal, wenn das die Spieler dann merken, wenn es so weit an diesem Punkt ist, wird Fortnite der Hype wieder langsam abschwappen. Nur, ich denke mal, das kann man so auch krass groß gar nicht aussagen, wie jetzt der Hype, ob der bleiben wird, ob der nicht bleiben wird, ob der weggeht, ob der noch krasser wird, kann man einfach gar nix voraussagen. Nur, meiner Meinung nach wird's, denke ich mal, so kommen, wie ich's euch jetzt gerade erläutert hab. Nur, wie gesagt, mich interessieren da eure Meinungen wirklich krass. Es interessiert mich wirklich, Leute, und ich würde mir da auch gerne jedes Kommentar durchlesen. Und warum baut mein Mate den ein? Das ist doch jetzt mega blöd. Oh, mein, ein Kühl mehr für mich. Was hab ich denn da am Ende noch für einen geilen Block-Emergie gemacht, Leute? Ganz kurz nebenbei noch eingeblendet. Mir ist gerade beim Steinen aufgefallen, dass ich den Kühl von dem Typen da nicht mal bekommen hab, obwohl ich den jetzt jetzt geschlagen hab. War auf jeden Fall sehr geil. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Schreibt mir gerne mal eine Bewertung und eure Meinung in die Kommentare. Und ja, bis zum nächsten Mal und ciao.